Lupft ihr ihren Schwanz bestimmt nicht lieber Sir, ich bin nur hier um eure Gemächer zu putzen, Krantius Colto. Ist das der einzige Grund aus dem ihr hier seid, meine Kleine? Die Gemächer? Ich weiß gar nicht, was ihr damit andeuten wollt, Herr. Ich bin nur eine arme agonische Magd. Ja, das seid ihr meine Süße. Und ihr eine gute noch dazu. So starke Beine und sein wohlgeformter Schwanz. Okay, ich auf. Oh mein Gott. Ja.